Ja, hallo. Heute läuft unser Philus erstes Mal an der Leine gleich. Also ist unglaublich. Dieser Hund ist so gelehrig. Ich kann es nicht glauben. Der Tierarzt war auch ganz begeistert schon. Guckt euch das mal an. Das ist doch also... Und die Ohren, die die backen. Guckt mal. Ach guckt ihr Leute. Ja. Der ist ein ganz, ganz lieber. Also der kapiert alles so schnell. Also man hat zumindest mal den Eindruck. Man muss es auch nicht schön lesen. Geltchen, du kannst es einfach. Fertig.